Hi, ich bin Jasmin und ich komme aus Lusten auf. Möchtet ihr wissen, was meine Hobbys sind? Also, im Winter gerne ich gerne modeln und im Sommer gerne schwimmen. Also, ich möchte noch viel von der Welt kennenlernen und darum ganz brennend gerne Weltreise machen. Ich hoffe, meinen Wünschkanal in Erfüllung wünsche euch dasselbe und tschau miteinander!